Grüß Gott, Robert Almer spricht von der Wiener Austria. Hallo, grüß dich, bitte. Und zwar habe ich da gerade eine Liste von mir, wo ich sehe, dass ich noch kein Auber für die neue Saison habe. Haben Sie da eventuell ein Interesse? Ja, und bitte. Können Sie da weiterleiten an meine Kollegin? Dankeschön. Na ja, jetzt in Wiener gehe ich noch immer aus Almer. Ach so? Ja. Auch gut, ich habe es eben gesehen. Eine halbe Stunde bin ich noch da, also können Sie jetzt auch gleich vorbeikommen. Ja. Mit Ruhe, mit Ruhe. Ob das Stadion fertig ist? Ja, das war nett. Was? Nein, ich weiß nicht, dass es fertig wird, das passt schon. Sehr gut. Na gut, dann hoffe ich, sehen wir uns nächstes Jahr. Ja, noch freilich, auf jeden Fall. Danke für den Anruf. Immer gerne. Schönen Tag noch. Tschau. 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 Tschau.